Bei strahlendem Oktoberwetter konnte am 34. Fuhrmannstag des Reit- und Fahrvereins Blitzhausen gezeigt werden, wie Pferde traditionell zum Arbeiten eingesetzt werden. Im Rahmen der baden-württembergischen Meisterschaft treten die Fuhrleute im Wettbewerb gegeneinander an. Präzise Kommunikation und Vertrauen zwischen Tier und Mensch sind hier der Schlüssel zum Erfolg. Moderne Maschinen sind natürlich tabu. Zeit für geselliges Zusammensein oder Ponyreiten für die Kleinen war natürlich ebenfalls vorhanden.